Stichstatt! Serenade! Applaus Meine Damen und Herren, Jens Ohrm, ein König 2015. Und ein König, ist das richtig ein König, wenn er eine Königin hat? Und natürlich hat er seine Ehefrau genommen, Konstanze. Ich habe es gerade schon gesagt, dein Opa, deine Oma, 1961 abgekrönt. Und ich freue mich jetzt und ich weiß, dass auch dein Vater und deine Mutter ein bisschen stolz sind, dass du jetzt Königin bist für die nächsten zwei Jahre. Und ich darf dir jetzt die Krone aufsetzen, sodass das Altkönigspaar komplett ist und dann bekommen die Jungen und Mädchen vom Hofstadt noch ihre Scherben und dann ist das Altkönigspaar komplett und dann dürfen wir noch einmal jubeln. Ich freue mich, dass ich Nico Logos jetzt zum neuen Jungkönig von Stahle programmieren darf. So, jetzt kriegt er noch seinen Zylinder. Ein schönen Mann entstellt nichts. So, hier ist er, unser Jungkönig 2015. Ja, Nico hat nicht lange suchen müssen. Es ging ganz schnell. Er hat eine junge Dame aus Stahle gefunden, die bereit ist, Königin zu machen. Sie kommt aus einem Haus, wo Vereinsleben großgeschrieben wird. Und deswegen freue ich mich, liebe Vanessa, dass du ab gleich dann die Jungkönigin 2015 bis 2017 bist in Stahle. Ich darf dir jetzt auch die Krone aufsetzen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre. Und ja, ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Zilim. Ha! Zilim. Ha! Zilim! Ha! Ha!